Oh, oh, hier bin ich grepiert. Okay. Viel ist hier unten wirklich nicht mehr. Wir haben einen Slime-Banner, what the fuck. So. Hattest du eine Cloud in a Bottle? Jo. Aber nicht ausgerüstet, glaube ich. Du bist so super. Ja, ich weiß. Das könnte mich retten. Ach, was soll's. So. Ja. Ja, das schaffen. Ich habe 50 Leben. Also, ich muss dir sagen, Gerhard, der Weg nach oben ist ziemlich suboptimal. Ich hab mir schon fast gedacht, dass der suboptimal ist. Ja. Ah, super, ey. Weißt du. Komm, ey. Oh, ich habe ja 52 Arrows und 92 Flaming Arrows. Jetzt weiß ich, warum ich... Boah. Jetzt weiß ich, warum ich den Arrow-Dingens hatte hier, die Waffe. Ach, die habe ich eh verloren vorhin, glaube ich. Soll ich mal eine neue bauen, glaube ich. Oh, Mann. Fail the Alex. So kennen wir dich. Passt schon. Oh, ja. Die größte Herausforderung wird es jetzt mal, lebend nach Hause zu kommen. Oh, ja. Mist. Es ist kürzer, als ich dachte, der Hook. Okay. Und, man... Oh, lol. Ich kann ja Gott sei Dank auf Wasser laufen. Das ist immer so ein komischer... Hook da. Das ist ja schnell laufen, das ist übelst geil. Ich mag das. Ich finde es nicht so. Das ist übelst geil. Huiiii. Das ist ja gerade, wenn man irgendwie über eine längere... Über so eine halbwegs flache Ebene läuft, längere Zeit. Das ist schon ziemlich fett. Ja, das stimmt. Ich bin auf dem Weg nach oben. Und es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Das ist schön. Ja, ne? Man muss ja auch nicht immer grepieren. Nö, nur jedes zweite Mal. Ja. Zumindest immer Alex heißt. Ja. Dann ist das gerechtfertigt. Also alle Alex ist da draußen, ihr müsst sterben. Wenn ihr nicht sterbt mit euren Kumpels, wenn ihr das spielt, seid ihr kein echter Alex. Ja, dann seid ihr nur eine Lüge. Vor allem, weil es ja so wenig Alex gibt, gell? Mhm. Ach, fuck. Wollte mal einen Hammer machen. Oder irgendwo herbekommen. Huch. Spielen wir Softcore? Ne, Medium. Immer noch, polierst deine Gegenstände. Immer noch, Ismail. Und wer hat dein komplettes Inventar? Ja, muss sich leider unweigerlich und schmerzhaft feststellen. Stoppiert von einem Stein. Was, das tut weh, ja? So. Kann ich mir einen Tinhammer bauen? Ich denke doch, oder? Ja, da hast du ja mein Ohr, kannst ruhig benutzen. Ja, ich hab's, ich hab's ja hier schon, aber da ist Tin. Halt. Da, Tinhammer. So. Den Rest lass ich auch drin, dann kannst du dir irgendwas von bauen. Ja. Ich guck mal. Oh, das war Quatsch. In der Regel ist eigentlich schon wieder in dem scheiß Land. Äh, dann musst du Bäume holzen, abholzen gehen. Warum liegt da eigentlich noch Holz rum? Hier liegt immer random Holz rum. Ja, wie ihr weißt, wir zerstören durch unsere mentale Kraft den Regenwald. Ich will erstmal alles vollpflanzen, boh, ich bin auf der anderen Seite auch. Oh, ich bin gleich an der Oberfläche. Sehr gut. Hat doch überhaupt nicht lang gedauert. In der Luft. In der. Nee, in der Luft, Noscope. Oho. Für alle, die nicht wissen, was ein Noscope ist, googles. Macht's lieber nicht, wenn ihr's nicht wisst, wollt ihr's auch nicht wissen. Doch, das ist bestimmt gesund für so sechsjährige Kinder. Ich glaub nicht, dass jemand, der sechsjährig ist, bei YouTube Terraria zuschaut. Glaubst du? Ja. Sicher? Ja. Wenn ich mir da manchmal die, äh, die kleinen fünf- oder sechsjährigen Kinder angucke. Die Kommentare sind so, da geb ich dir recht, aber sonst. Nee, weißt du, wo dann mit ihrer Handykamera oder so ein Letzt-Playeraufnehmer fände ich das schon ziemlich witzig. Das ist aber sehr geil, da hast du recht. Ja, ne. Weißt du, wie da diese voll hohen, piepsigen Stimme. Das ist ja noch gar nichts, was einfach nur mit der Handykamera ein Bildschirm abfilmen. What? Das ist so behindert. Also auch so, wenn ihr, gerade wenn jemand die Konsolen aufnimmt und unseren Letzt-Play macht, Leute, kauft euch vorher irgendein Aufnahmegerät, was auch Konsolen aufnehmen kann, sonst macht das nicht. Punkt, aus, Ende. Genau. Das kann ich ja keiner angucken. Nee, ohne Spaß. Das Beste, was ich ja je gesehen hab, war Letzt-Play-Temporal auf dem Handy, ja. Was? Auf Handy? Ja, aufgenommen vom Handy mit einer Handykamera, ja. Sehr gut. Und dann rumgewackelt wie sonst was. Okay. Also das war echt behindert. Ja, das ist halt ein Mobil-Handy, also Mobil-Gerät da. Muss man ja irgendwie wackelt, das glaube ich immer. So, wo hast du meine Sachen hin? Ganz links in die Truhe. Ganz links? Weil da noch nichts drin war. Juhu. Äh, ja. Also weißt du, das sah halt so aus wie... Kann man sagen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas vergessen hab, bei dir da reinzutun. Falls musst du irgendwie Bescheid sagen. Döööö, passt schon. Der Rest war eh unten. Kann ich ihn irgendwo hinhängen? Sehr gut. Ein Slime-Banner hab ich hingehängt. Juhu. So. Bin wieder am Start. Juhu. Ich hab ein lila Hook. Oh. So, äh. Welches Material möchtest du denn behalten? Am liebsten Gold, aber das würde wohl nicht... Ansonsten tanksten würde ich eigentlich gerne, wenn ich darf. Okay. Musst du machen. Ja, ja, klar. Brauchst du das noch, oder? Nee, ich brauch kein Tanksten. Ich hab nur gefragt. Ich kann mir jetzt schon mal das erste Teil machen. Damit ich mal so ein bisschen vorankomme. Oh, warte mal. Tanksten Helm könnte ich mir jetzt machen. Da fällt mir gerade auf. Ich hab noch zwölf Barren. Oh, dann könnte ich mir so ein Tanksten Chainmail machen. So. Schmeiß es mal in die Piggybank, die Chainmail. Und das jetzt gerade. Ach so, lol. Mit der Maustaste kannst du auch den Hook bedienen. Welcher Maustaste? Wenn du den ausgewählt hast, ja klar. Du kannst aber einfach im Inventar behalten und damit den Quick-Taster auswählen. Ja, stimmt. Dafür ist es ja eigentlich gedacht. So, was wollte ich denn machen? Hab ich alles schon? Ich glaub, wir wollten wieder Farmen gehen. Oder willst du was anderes machen? Können wir im Moment nicht machen. Machst denn du? Ja, ich glaub hier. Schmeiß Barren durch die Gegend. Aber wo sind die jetzt da? Da haben wir, dass noch kein Meteorit kommt. Ne, die kommen doch erst, wenn man, wenn man hier in der Corruption das Zeug unten zerstört, die Kugeln, können die danach spawnen. Ach so, und dann den Wurm besiegt, oder was? Ne, das reicht. Wie oft, für jede Kugel gibt es eine Chance, dass du danach ein Meteorit in der nächsten Nacht oder am nächsten Tag spawnen. Je nachdem, wann du den kaputt machst. Okay. Muss ich jetzt nicht. Ich hab auch beim Dingens, ähm, beim Hammer plus 15% Damage. Sorry fürs Klauen. Willst du es wiederhaben? Hab ich grad gar nicht gemerkt. Ich hab dir grad schönes Zeug geklaut. Pflanzen auch neu. Wenn ich irgendwann mal Setzlinge hätte, dann würde ich es machen, ja. Diese komischen Samen sind das doch. Hab ich kein Inventar, glaub ich zumindest. Oder ich bin grad zu blöd. Ich glaub Eicheln sind das, müssten das auf Deutsch heißen, oder irgendwie so. Ach so, da geht's ja runter. Ja, ich dachte, ihr wollt bitte hier langen. Das klingt irgendwie wie ein Wurm, wenn ich so schnell laufe. Finde ich bis geil. Oh, zu weit. Drop it like it's heart. Uhu. Da kommt. Da müssen wir uns irgendwie überlegen, wo wir da unten weitergehen, ne? Das ist wohl wahr, ja. Fuck. Da war ein, ein blauer Blob, der sich um den Weg gehen wollte. Ach so, ja, ja, ich war grad nur irgendwie voll verwirrt. Ah, da haben wir auch. Ich hab den Weg nach oben ein bisschen optimiert. Ja, ja, ja. Was? Ach so, hast du? Ja, ich hab's versucht. Weil wir hier zum Beispiel drauf und dann da drauf. Ja. Und hier? Das, das war Notfall. Notfallplan 102. Okay. Die gab's mehrere Notfallpläne, oder? Ja. Okay. Äh. Die gab's mehrere Notfallpläne. Ja, es gab mehrere Notfallpläne. Die fliehen, das ist einfach so geil, die Waffe. Wuch. Wollt ihr sie so schnell? So, da drüben bin ich dann verreckt. Oh, da waren wir auch. Das war weiter, war weiter unten noch. Winn. Wir waren noch weiter unten. Ja, stimmt. Mit seiner Klau in der Beutel rennt er hier rummelden. Ach, Bullshit, jetzt seh ich nix. Oh mein Gott. Weee. Aber den Weg hier hab ich optimiert. Hast du? Ja. Zumindest versuchen. Oh, was hat der denn gedroppt? Coppercoin. Ich sag irgendwie nicht aus wie Coppercoin, aber ist egal. Achso, du hast jetzt wieder alle Fackeln. Äh, ich kann wieder welche geben. Juhu. Achso, ich kann ja da runterjumpen. Könnte ich auch, wenn ich meinen Hook dann entsprechend nach unten mich setze, aber... Ich bin nie so elbstmütterisch wie du, normalerweise. Ah, ich bin halt ein Entdecker. Ein Sterber führst du vor allen Dingen. Ja, und ein Selbstmordbomber. Achso, ja. So... So... Jetzt hier siehst du das schwarze Blöde. Blöder schwarzes Slime. Geh weg. Super. So, und da war jetzt... Da unten wollten wir ja nicht hin. Genau. Ähm... Und da oben bist du gestorben irgendwo, oder? Äh... 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 Ne. Hä, wo war das dann? Wir waren hier oben. Und wir sind wieder zurück. Ja. Stimmt. Aber wo sind wir denn hingegangen? Ach, das war da oben. Wo oben? Da oben in der Ecke. Au. Lol. Wie ist der gerade rumgeglitscht? Oh, wir sind nicht geglitscht. Wow. Hier war das, wo ich verreckt bin. Stimmt. Liegt dir noch was von dir? Ne, hab alles mitgenommen. Achso. Stimmt, da oben ist die... Sehr gemein. Das ist hier. Da sieht man es auch nie. Hm. Nur wenn ich genau draufstehe, geht's off. Ah. Geht's kurz off. Schwanerei. Oh ja. Es gibt auch noch braune... Pressure... Pressure plates. Ich mach mehrere Damage. Guck, guck, da liegt noch was. Das hab ich gemeint. Hier, Candy. Das ist die Herzen sozusagen. Kriegst du halt 20 Leben, wenn du einsammeln kannst. Das hättest du Luft holen können. Na ja, egal. So, da unten geht's noch weiter. Da müsst ihr aber fluten. Äh, ich hol jetzt erstmal... Ich hol jetzt erstmal hier oben weiter. Du kannst da unten mal. Aber dann stoppst du wieder am Ende. Na ja. Na ja, das wird schon... Das wird schon gut gehen. Wie immer... Die Höhle ist jetzt voll. Wie es immer so bei dir gut geht, ne? Na ja. Arrows. Oh, da ist Eisen. Da ist er noch. Ich hätt's nicht so weiter gebaut. Wir wollten so hoch. Ja ja, aber da drüben meinte ich war auch noch was. Ja, da ist Gold. Das ist Gold. Aber ich will erstmal das Eisen abbauen. Müssen wir noch weg machen. Ja, da drüben ist auch noch, oder? Tatsache. Da ist auch noch Eisen, ja. Gehst du da rechts hin? Das mach ich hier oben. Hallo, noch da? Ja, ja. Ich musste mir gerade Planken machen. Achso. Das kannst du übertreiben, den Planken. Also ehrlich. Er liebt zu viel wie zu wenig. Der hat ja nicht geklopft. Hab's genau gehört. Dori. Hat geklopft. Ich hab's schon gehört. Au. Nein! Oh mein Gott. Nein! Oh, einmal unaufmerksam. Ich hab's nicht gesehen. Ich muss es mir später angucken. Ja, der war jetzt einfach mal 20 Schaden. Ja, nervt. Oh mein Gott. Was ist gerade passiert? Ja, Black Slime ist genau in mir sozusagen drin gestanden und hat 20, 20, 20, 20 tot. Oh, super. Ja, super. Also, ich hab's runterstoffen, ohne zu sterben. Ja, ich pass mal hier so lange auf deine Sachen auf. Ich mein, ich kann auch kurz hochkommen und die mit deinem Spiegel die ganzen Sachen bringen. Nö, ich bin schon auf dem Weg. Ich bin schon halt unten. Okay. So weit ist es ja jetzt nicht. Bzw. ist ja der Weg ganz gut ausgebaut. Ja, Gott sei Dank. Wenn man den richtigen, ach, wenn man den richtigen Weg nehmen wird, dann meine Güte. Und du kannst ganz doll mit dem Spiegel hochkommen. Komm, ich muss dich eh wieder hochlaufen. Ich hab gerade den anderen Weg in den Mond. Okay, warte, dann bring ich hier noch das Skelett um und dann komm ich. Ich bin gerade schon gewundert, warum zu viel links und rechts sind. Lol, lol, lolol, lol, lolol, lol. Nein, 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 vage es nicht. 77 Leben hast du doch noch. Hast du nur noch halb voll. Soll ich den, okay. Kann ich alles mitnehmen? Ja. Steht, the line got massacried by Black Slime. Hm. Schön, den nehme ich mit. Der, wenn du mitnimmst, ist aber nicht mehr, da steht es nicht mehr drauf, glaube ich. Ja, aber ich, ich schreib's trotzdem auf. So, ich bring dir das Gold mal mit, ne? Oh, ja, sehr gut. Ach, Mann. So ein Fick, ey. Über dir war auch noch ein Stein, gell? Ach so, sehr gut. Der hätt mich grad fast gekillt. Alter Junge. Okay, dann bringe ich dir das Gold mit und dann parte ich mich schon froh. Also ich glaube, du hast jetzt genug Gold für eine Goldrüstung oder so. Weil es war hier grad nicht wenig. Will ich heilen, ja. Von daher ist ja immer nur die Hälfte. War es trotzdem viel. So. Spiegelein. Hui. Der ist sogar direkt bei mir. Ja, lass mal lieber nach Hause gehen, bevor noch was passiert. Da kommt nämlich grad eine Zombie-Schwester an. Äh, ups. So. Give me my shit. Ja, genau. Äh, oh mein Quatt. Du hast aber viel dabei. Haben sollen. Du hast mir jetzt mal einen Grave-Marker gegeben. Na ja, auch egal. Was? Du hast mir jetzt mal einen Grave-Marker gegeben. Ach so, ja, ja. Ja, der gehört ja dir. Oh, die Druckplatte auch im Andenken. Die Druckplatte habe ich vorher schon ein paar Mal mitgenommen, solche. Ach so, und der da. Ich weiß gar nicht, ist das Iron Shorts oder war es nicht deins? Nee, ich habe ein Breitschwert. Komisch. Aber ich habe es auch nicht. Ich habe ja auch ein Goldbreitschwert schon gehabt. Keine Ahnung. Das Gold habe ich dir auch gegeben, ne? Ne. Unhappy Copper-Ex. Das habe ich jetzt wirklich das gleiche wie du, wo ich gespawnt bin, ne Unhappy Copper-Ex bekommen. Sehr gut. Super. Nice. Wupp. Wie lädst du eigentlich deine Parts hoch? Wie, wie lade ich sie hoch? Ja, in welchem Zeitabstand? Ähm, das ist nicht ganz festgelegt bei mir, weil ich mache alle zwei Tage ein Video und da kommt halt das Video, was ich sozusagen gerade, gerade rausgeben will. Ach so, okay. Juhu! Ich glaube, du bist drüber gerannt. Ich wollte da nicht runter, ich wollte nochmal ein bisschen craften, sowieso. Boah! Deswegen ist es für mich nicht ganz so regelmäßig, wann ich es hochlade. In letzter Zeit ist es hauptsächlich abwechselnd XCOM und Terraria, von daher zwei bis drei Parts pro Woche. Ach so. Glaub ich. Boah, das ist jetzt so. Okay. Oder meist nur um die zwei. Nächsten Sonntag ist ein 30 Minuten Part, aber sonst sind es auch 15 Minuten Parts. Ja, ich habe unsere erste Aufnahme komplett hochgeladen. Ja, das hast du schon angekündigt. Ich habe es schon bekommen. Ja. Hat gerade so schön reingepasst und da habe ich gedacht, warum nicht. Aber irgendwie kann ich beim zwei Stunden Video kein Tombnail hinzufügen. Eigentlich schon. Ja, ich habe es aber probiert und das geht nicht. Selbst nach dem Hochladen geht es nicht mehr. Okay. War sehr strange, aber... Hab ich extra eins gemacht. Also wir haben jetzt 31 Gold, 56 Iron und 30 Tin nochmal. Und wir haben jetzt noch Sterne, oder? Noch mehr. Ich habe noch zwei, die kann ich dir schon geben. Wir haben hier acht insgesamt rumliegen. Und wir haben hier jeden Tag.